Hey! Novel Team ist einfach mal wieder direkt bei ICE. Ja, ich bin noch irgendwo da und es ist, ja, es ist eigentlich nicht wirklich soweit, ähm, abgesehen davon, dass man wieder ein bisschen in die E-Aktivität kaputt bin, was es aber auch leider prediktet hat, dass dies passieren wird, weil ich einfach harte Zeiten deshalb hab, mir zu loko, aber darum soll es gar nicht gehen, ganz im Gegenteil, denn ich bin richtig in Feierlaune, wisst ihr, so? Naja, wir haben heute den fünften, zweiten zum Aufnahmesaalpunkt, vor zwei Tagen, nimm es am dritten, zweiten, 2016, aber ist mein erstes richtiges Let's Play-Projekt gestartet und hochgeladen. Die alten Hasen wissen, wer dieses Projekt das ist, es ist legendär, wenn man so will, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet, wer dieses Projekt das ist und ob ihr euch das damals gegeben habt oder im Nachhinein noch mal von Ryan Grinz euch das angeschaut habt, Armin könnte ja auch sein, ne? Auf jeden Fall ist ein länges Mal, wer säen kann, wenn ich bis fünf säen kann, dem sollte klar sein, dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, denn mein YouTube-Sendal existiert einfach so fünf Jahre, ein halbes Jahr sehen, jetzt ist es mehr oder weniger, mal aktiv, mal ein bisschen inaktiver, aber trotzdem seit fünf Jahren, mache ich das, dass ich mich nach wie vor vor die Kamera setze und euch unterhalte mit Videos und die fünf Jahre haben wir es so geprägt, das ist Wahnsinn und das ist eine Sache, die soll gefeiert werden und dies werden wir auch tun, denn morgen am Montag, äh, Montag, mhm, am Samstag sind wir ab 18 Uhr live und wir feiern die große Game Accounts fünf Jahre Jubiläumsfeier. Wir werden zurückblicken, was in fünf Jahren passiert, was gab es damals für Videos, ich meine, damals war die Nintendo Switch noch nicht mal bekannt, das ist das Wort NX, also waren es so ein wildes Heiden damals, ähm, werden natürlich viel zocken, wir werden Animal Crossing zocken, ein bisschen da feiern, wir werden Mario Kart zocken, ein riesen Haufen Multiplayer Games werden zocken, es wird ein Tier ist das Spaß, und noch eine Sache, ein eigenes Ziel, denn nächste Woche Freitag, er scheint es ja lustigerweise, leider eine Woche zu spät, das ist es schade finde, aber, nächste Woche Freitag, er scheint ja, die, die Luxe Version, von dem ersten Let's Play Projekt, das ich jemals hatte, damit sollte euch jetzt eh klar werden, wer es das wohl sein wird, und natürlich wird es das dann ab nächster Woche, Freitag, auch zocken, bei mir hin, das ist ja klar, ne. Genau, das ist der Plan, ähm, mich wird freuen, wenn ihr mich bis morgen dabei seid, ab 18 Uhr geht's los, große Game Accounts Geburtstagsfeier, seid gerne dabei, Links im Stream, haus aus in der Videobeschreibung, das solltet ihr was gewesen sein mit dem Infovideos, seid morgen dabei, macht's gut, bis dahin, und ciao!